Herzlich Willkommen auf unserem Pilates YouTube Kanal. Ich frage dich, was wäre, wenn es einen Weg gäbe, wie du in nur 30 Minuten am Tag in sehr kurzer Zeit deinen Körper wie neu erschaffen könntest? Wie viel besser ginge es dir? Während die meisten wieder eine neue Diät anfangen und verzweifeln, lade ich dich recht herzlich zur 30 Tage Pilates Challenge ein. Den Link findest du direkt unter dem Video. Klicke jetzt einfach unter dem Video und gucke dir unsere Challenge an. Bis gleich! Bevor es gleich mit dem Video losgeht, möchte ich unseren Kanal kurz vorstellen und ganz kurz einige Grundlagen über Pilates erklären. Pilates ist eine sehr sanfte Trainingsmöglichkeit. Das Training ist sehr wirkungsvoll, da es sowohl Körper als auch Geist anspricht. Es steckt ein von Josef H. Pilates entwickeltes System dahinter, das bestimmte Muskeln, aber auch ganze Muskelpartien anspannt und entspannt. Auch die Dehnung der Partien ist inkludiert. Hier kommt es ausschließlich darauf an, dass man auf die Qualität in der Übungsausführung achtet. Das heißt, es ist wichtig, die Übungen sehr genau und detailliert auszuführen. Die Atmungsreihenfolge ist in Pilates ebenfalls ganz bestimmt. Der Fokus der Übungen liegt auf der Mitte des Körpers. Besonders die Tiefmuskulatur in der Taille und auch im Becken wird trainiert. Dies verbessert die Bewegungsfähigkeit des gesamten Körpers. Das Drehen des Schulterbereiches gegen den Beckenbereich wird durch Pilates erleichtert. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass Taille und Hüfte schlanker werden. Das liegt an dem Aktivwerden des sogenannten Powerhouses, mit anderen Worten dem Kraftzentrum des Körpers. Die Gelenke werden regelrecht geölt und das ganz ohne sie in irgendeiner Weise zu belasten. Es ist immer wieder erstaunlich, wie die Teilnehmer davon berichten, dass sich ihre gesamten Haltungs- und auch Bewegungsgewohnheiten durch das Training geändert haben. Unsere Teilnehmer berichten von einer größeren Gelassenheit im Alltag und dem angenehmen Abnehmeffekt. Was wäre, wenn es einen Weg gäbe, wie du in nur 30 Minuten am Tag, in sehr kurzer Zeit, deinen Körper neu erschaffen könntest? Wie viel besser ginge es dir? Während die meisten wieder eine neue Diät anfangen und total verzweifeln. Die 30-Tage-Pilates-Challenge Klicke jetzt unterm Video, um an der 30-Tage-Challenge teilzunehmen. Du bist herzlich eingeladen. Bis gleich! Abnehmen mit gesunder Ernährung mit Palatis Abnehmen im Urlaub mit Palatis Abnehmen in ein Woche mit Palatis Abnehmen in 10 Tagen mit Palatis Abnehmen gesunde Ernährung mit Palatis Abnehmen an Gewicht mit Palatis Abnehmen Hilfe mit Palatis Abnehmen im Schlaf mit Palatis Abnehmen Fasten mit Palatis Abnehmen mit Schweizer Abnehmen für Frauen mit Palatis Abnehmen in einer Woche mit Palatis Abnehmen in kurzer Zeit mit Palatis Abnehmen für Frauen mit Palatis Abnehmen mit Schüsseler Salzen und Palatis Abnehmen mit Sport und Pilates Übungen Abnehmen mit Sport und Ernährung Plan mit Palatis Abnehmen mit Sport und gesunder Ernährung mit Palatis Abnehmen in zwei Wochen mit Palatis Abnehmen in drei Wochen mit Palatis Abnehmen in vier Wochen mit Palatis Abnehmen in den Wechseljahren mit Palatis Abnehmen Joggen mit Palatis Abnehmen Kapseln mit Palatis Abnehmen Kohlenhydrate mit Palatis Abnehmen leicht gemacht mit Palatis Abnehmen mit Akupunktur mit Palatis Abnehmen mit Apfelessig mit Palatis Abnehmen mit Eiweiß mit Palatis Abnehmen mit Erfolg mit Palatis Abnehmen für Männer mit Palatis Abnehmen gesund mit Palatis Abnehmen gesund und schnell mit Palatis